Ausnahmsweise, der ist aus dem Frühjahr gekommen und noch einmal. Syria, Hollerin, Syria, Hollerin, Kuckuck. Hey, 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 schon angucken. Scheiße. Mit der Burgen oder vorne? Ja, du kennst dich ja aus. Aufstehen, Kuckuck, aufstehen. Prinzessin war noch einmal gut. Ganz cool, schön die Schulter. Ja. Die Huxpicholette, da weiß er. Wie heißt du denn? Vicky. Vicky? Ja. Entschuldigung. Ich glaube nicht. Entschuldigung, sie waren nur zwecks in Reihen. Vicky und die Stangenmänner. Was kommt der? Na, nimm ein Problem, auch auf die Glavonen stehen wir da. Findest du den Kirchhausen-Burgen jenen Witz? Sivkewitz. Du bist da, du bist da. Du bist da, du bist da. Egidio. So, Konzentration. Kampf raus zum Kampf. Diria. 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 Kuckuck. Du musst auf den Dirigenten schauen. Kuckuck. Guckuck. Guckuck. So eine Fotografie, die die Japaner nicht. Entschuldigung. Am Tisch. Ja. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Was? Einteitiges, was alles geschört. Eins. Zwei. Drei. Lass mich aber gehen. Also. Diri. Diri . Diri. Diri. Hatteri. Puckuck. Was ist der Rhythmot da? Was macht der? Macht er auch irgendwas mit Auflegen? Ich weiß nicht, was er da hat. Bundesheer. Das ist kammer nicht. Ich hätte ein Frühstück für den Tarnbosch. Das ist ein Systemhalter. Gut. Das ist ein Hölzer. Das ist das Thema. Das ist das Thema. Und jetzt soll er das Lied. Und jetzt geht er ans Petersbündel. Und da trink ich ein Wein. Und da hör ich ein Kuckuck. Aus der Moskosch. Bist du drauf? Ah, nicht. Jetzt auf. Ja. Ja. Hollerin. 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 Ein typisches Zus Earl für's Bundesheer. Jetzt kennt sich keiner etwas, was er macht. Und da ist ein wenig planlos. Aber... Jetzt stehen wir also auf der Leitung. Es bestimmt sonst die R einen Zeitung. CEIT 2016. Ich schlafe, fahre ich zum Alten Testament und will schlafen. Jetzt war ich kurz zum Brüller, du bist der Herr Müller. So, Silenz, Jungen. Und der Adler hat lieber gebracht und ein hoher Selber. Und der Dami, für das ist jeder Schlag, müssen. Burgene gewesen sein. So, mal mit Burgene. Jetzt machen wir eine Gedächtnisübung. Du schaust dir altklug aus. Also über vier Sekunden. Wie heißt du denn? Petra. Zwischen Kirchberg und Forchtenstein. Ja, da gibt's einen Tunnel. Wenn man reinfährt wird, für Hindster. Und jetzt bist du dran. Wenn man außerfährt wird... Nein! Ja! Gut klug, quasi. 12 Points. Give me five. Nach vier. Ja. 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 We getratie, we getratie, we getratie, we getratie, we getratie. We getratie, we getratie, we getratie, we getratie, we getratie, we getratie, we getratie. Wir brauchen doch eine Lante. Applaus für uns und gut! Jawohl! Und unseren Dirigent, den was fasst mit jeder Pente. Also! Ho! 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 Wer hat die Sache gut gemacht, dann wird der Aufstieg ausgemacht. Und wer in Tirol geboren ist... Steh auf, steh auf, steh auf! Mach's in die Tiroler! Steh auf! Es gibt noch zwei... Auf? Ja! Wunderbar! Es wird immer besser, muss ich sagen. Das ist die Doris, gell? Weil es war, das ist die Doris. Die Baupolen geht ja drauf. Schweizer! Ziemlich verteilt! Neutral! Ich sag, es hätten sie nach Bogen, wo die Schweizer einsteinander tragen. Auf, wo die beiden in Tiroler! Ho! 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 Ich hab kein Kuckuck mehr! Kuckuck auch! Ho! 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 Auf, steh! Auf, steh! So! Also! Sie nehmen den Pekka in die Hand und taufen ihn aus bis an den Rand. Zauf, aus, zauf, aus, zauf aus! Zauf, aus, zauf, aus, zauf aus! Da warst du, da warst du! Arzt, komm, komm, komm! Arzt, komm, komm, komm! Unsere Prinzessin! Da haben wir die Affen, Bezi und Dori! Heeeee! Guter! Jürgen! 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 Auf der Foto hat angewibli In Stuba, Deut oder noch Jürgen am See Wenn du hier auf den Ferragang Kommst immer allein warten Schmäh! 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 Ja, die Schweiz, er sagt das. Die Todeswaffe... Die Todeswaffe ist schwer. Sie sind seit 20 Jahren in Kassgeberbe. 10 Jahren. Selbe Zeit, wo liegt die Kellerei? Das ist ein Geschichtspiel. Ja, sie sind natürlich gestoppt heute. Super. Super. Ja! Du hattest Händ aus der Tasche, dann müsst ihr selbstständig werden. Ja, gehen wir. Gut, trink aus, 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 trink aus. Du bist der beste Mühle, den ich eh kennengelernt habe. Ich sage gut gemacht, probiert sie auch. Ich sage gut gemacht. Und während er als Schweizer geboren ist... Na ja, 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 ja. Zeig bald, ja. Zeig bald. Zeig bald, ja, ja, ja. Zeig bald, ich, okay. Die Schweizer können ganz schlimm sein, wenn sie nur über jeden, der sie abstimmen darf. Aber ich habe alles gegeben. Aber die Wirtschaft tut leid, die erkranken, denn sie glauben an die Schweizer Franken. Ihr dürft nicht schwinden, es dürft euch wohl an den Euro beten. Das mag nicht. Zeig bald, ihr bleibt ja neutral. So, ein kurzes Schweizer, wie sagt ihr so eine Lütte? Wie sagt ihr so eine Lütte? Wie sagt ihr Prost? Wie sagt ihr Prost in der Schweiz? Prost. Prost. Und so ein typisch Schweizerisch. Ein Schweizerlied, bitte. Die Hymne, die Hymne, die Hymne, bitte. Saub auf, saub auf, saub auf, saub auf, saub auf, saub auf. Es ist wirklich ungeheuer, in der Schweiz ist alles ziemlich teuer. Aber ziemlich vermessen tut, dass du auch gern essen möchtest. Also, ganz kämpft Schweizer mit Airbag, oder? In voller Lenker ist jetzt der Samen gestreckt, oder? Guck, wie heißt er? Remo. Remo. Remo! Wieso nicht Nemo? Ein Schulgeschäft machen, oder? Das ist Remo. Remo soll nichts müssen, der soll jetzt nicht kennenlernen. Hey! Oh! Die Höhle. Also, Alter. Sie haben mich verwirrt, ich habe die Infarkt hier wieder. Also, unser Remo mit seinem Bezahmen. Jetzt sind wir gelangt. Wie lange liegt sie euch schon so? Verzeichenwürdig. Aber da hast du dich verbessert. Eindeutig. So eine Schweizer, kein Volltext passiert. Schwiegermutter rutschauen, Kinderslaufen schauern. Sie haben die Sage gut gemacht, dann fern sie auf. Und wir lassen die Bullen-Gänder. Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf. Steh auf, steh auf. Schwiegermutter rutscheln. Kann man städte sie im Burgenland. Kann man städte sie im Burgenland. Ja, 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 nicht mehr anvertraut. Sie ist ja meine Braut, der schöne Burgenland. Der, der ist der kung verdammt. Sie ist ja meine Braut, der schöne Burgenland. Woher? Ja, das war so bei den Ritten. Das ist ein Teepeil. Das ist ein Fuss. Sie haben's nicht wechselt. Nein. Präsentiert, steht auf! Stehen auf! Stehen auf! Die Vida, ist auch so. Ja! Auf Grund, auf die Vida, zwei, drei, vier. Auf die Wiener! Auf die Wider! Ein Prostik, ein Prostik der Gemütlichkeit. Ein Prostik, ein Prostik der Gemütlichkeit. Ich bin schon noch Domerfest. Nächste Woche September. Du startet schon. Ja, haben wir ziemlich vermessen. Niederösterreich. Ein edler Scheik aufs Niederösterreich. Während die Niederösterreich etwas blösser, dann hab ich es noch abgeworfen. Ich hab es noch abgeworfen. Die Grenze. Aufstehen, 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 aufstehen. Die Blaugelbe. Die Grenze. Von den blaugelben Bergen kommen wir. Von den blaugelben Bergen. Von den blaugelben Bergen. Von den blaugelben Bergen. Von den blaugelben Bergen. Die Grenze. Die Stöhnen mit dem anmelden, wie man es geht. aufstehen, 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 aufstehen. Ich muss noch jetzt durch belohnen, die Grenze zurück CRABKey. Ja, wer das? Ja. Das ist ein Rekkerbrenn. Du gehst doch durch. Du bist eine tolle Frau, der meint, kann das aber gar nicht. Ich will mich von der Sprengchen herunter. Denn unser Geburtstags-Edelmann, unser Jürgen, der soll leben, soll leben dreimal hoch. Jürgen, in deinem ganzen Schimmer, so ein Petzi kriegst du nimmer. Nimmer. Und das nicht nur zur Sammlung. Ich will nicht schnell. Menschen langsam, Menschen langsam, kriegt unser Jürgen einen schönen Dampfzahn. Danke! Kriegt unser Jürgen einen schönen Dampfzahn. Drum hol es auf, stehen wir auf. Hullo, trecho, 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 stehen wir auf. So, lieber Jürgen, das kann ich sagen. In zehn Jahren ist man wieder eine einladen. Wenn es dann wird er bewundert, dann ist ein halbes Jahrhundert. Lieber Jürgen! Mammor, Stein und Eisenbrich. Aber unser Jürgen liegt. Alles, alles geht vorbei. Doch wir sind uns nur heute. Jürgen, schau zum Fenster hin an! Mammor, Stein! Jürgen! Hoch, hoch drei, hoch drei, hoch drei, hoch drei... ... Nouecki, wie jetzt soll man die hoch... ... erwornt man das, schöne unseres Jürgen. Wenn man das im Geruch kann, wenn man das gelint... ...essäMON ansxe, wo richtig abendlich? Indeed Leute. Mammor,blemart zu Ihrer hoch. Ja, das ist ja... ...alkohol! Aber Schein und Eisenbring, aber uns hat ein Jürgen gelegt. Alles, alles geht vorbei und wir sind uns treu. Aber Schein und Eisenbring, aber uns hat ein Jürgen gelegt. Alles geht vorbei und wir sind uns treu. Bleiben wir hoch! Bleiben wir hoch! Bleiben wir hoch! Und jetzt fehlen mir die Worte, wo die Geburtstag startet. Das hätt ich vermessen, jetzt sind wir alle vergessen. Das hätt ich gewohnt, dann springst du wieder runter da und sollst dich versäumen. Jetzt werden wir ein bisschen abräumen. Ich will euch jetzt nicht leichter pflanzen. Jetzt dürft ihr zur Hardrock-Musik tanzen. Danke! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!